Jo meine lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu etwas was man eigentlich schon fast als Lucky Blocks Battle bezeichnen könnte bloß dass ich alleine bin und ich hab paar Bosse habe ich gespawnt, also ein Boss und ein paar Gehilfen habe ich gespawnt und hier habe ich Lucky Blocks, die wir, wenn wir alle geöffnet haben, ihn besiegen wir, alter, okay, Redstone Scheiß okay, alter, okay, schauen wir mal weiter oder wenn ich halt meine, dass wir genug Zeugs haben okay, wir haben genug Lucky Blocks, ich glaube nicht, dass wir noch mehr haben ich weiß gar nicht, ob ich den Emerald Mod installiert habe oh oh, oh oh jawohl, eine Lucky Potion okay, krass aber ich merke schon, die Sachen sind gar nicht so krass oh ja Leute, noch eine Lucky Potion jetzt haben wir schon zwei Lucky Potions okay okay, schon mal ein Schwert haben wir schon mal Enderperlen haben wir alter Schwede oh nee, schon wieder so scheiß Redstone Zeug okay oh, okay alter Schwede, die ganzen Sachen, die hier rumlaufen jawohl, Pfeile können wir immer gebrochen okay ich glaube nicht, dass wir schon eine komplette Rüstung haben deswegen, ähm da wäre noch ein Helm, aber ich glaube, wir haben Helm nee, haben wir gar nicht Redstone brauchen wir nicht also nehmen wir uns noch ein paar Lucky Blocks setzen einmal dahin okay, TNT könnte oh shit okay, Leute, dann würde ich mal sagen wir rüsten uns mal aus, weil die haben gar nicht jetzt so krasse Sachen oh, wow doch, wir haben schon richtig krasse Sachen bekommen aber jetzt auch nicht so die Brüller Sachen wenn ihr findet ich soll es öfter machen, weil ich dann kann ich ja mal eine kleine ich kann ja mal eine kleine Abstimmung machen ähm, jetzt hier um oben rechts müsste jetzt irgendwo aufploppen so eine Abstimmung, ob ich sowas öfter machen sollte und ja was haben wir denn noch so wir haben Werfer, aber kein Gold kein Gold mehr, sondern nur noch vom Stück Gold und Scheiße, wir haben wir haben einfach fast gar nichts, ne also das wird das wird schwer, das wird schwer, das weiß ich jetzt schon schauen wir uns noch ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas gibt also wie es ausschaut, gibt es hier nichts mehr so wie es aussieht man, ich mach mal Tag also wie es aussieht, ist hier einfach nichts mehr gar nichts, das ist doch echt jetzt das ist jetzt so nicht wahr haben wir TNT, ja das werden wir nämlich noch brauchen damit wir die davon jawohl, Lucky Helmet haben wir noch aber sonst sonst haben wir auch nichts mehr und ich würde sagen in der Höhle da oben schlummern sie alle und da würde ich sagen wir holen die mal alle aus dem Nest raus ok oh shit scheiße ok, interessant ja gut, ne die sind ja nicht rausgeflogen aber schwächen wir sie als erstes mal ein bisschen mit dem Bogen ah, da kommt direkt schon einer runter zwei kommen direkt runter alter, die machen ja ich dachte, als ich die gemacht habe, dass die überhaupt keinen Schaden machen ei, 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 ei oh scheiße die Lucky Potion ist so OP die Lucky Potion ist so OP ach du scheiße, ist die Lucky Potion OP alter Schwed oh mein Gott, ist die Lucky Potion OP ach du Kranke alter die Spawn noch ne, schnell ne, schnell zum Boss, bevor die nochmal spawnt ach du Kacke oi 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 alter scheiße, da ist der Boss komm alter, ich zeig dir meine PvP Skills komm ach ach du scheiße das ist krass oh oh geil wie der Boss noch mal hab ich das vergessen auszuschalten alter scheiße die ganzen Viecher spawnen nochmal nein man, man, man ok, den da oben, den gönn ich mir mal ich glaub das war einer von den wo, alter der gibt mir hier Schaden die Spurz sind einfach alle nochmal gespawrt, ne ja, die machen wir ja gar nichts, aber der da oben, der groß komm doch, komm doch runter, doch Brille bitte, komm her ja, ja, den zeig, den zeig, wo der Fröscht die Loggen hat, komm ein bisschen Boss, der muss auch mal sein komm und aller, jetzt zeig ich den komm, ey, komm jawoll ah ja man, 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 man alter, diese, diese Lucky Potions ich weiß nicht, ob ich die raus als, als, ob ich die rauspatschen hätte sollen, aber ich hab ja nicht geahnt, dass die so OP sind okay, sagen wir mal wir klatschen jetzt noch zwei so zwei solche und ja dann beenden wir mal den, den Boss können wir noch klatschen wir noch zwei solche einen haben wir schon mal von denen geklatscht und den Boss den klatschen wir auch einfach nochmal zweimal aller, wir machen hier MLG TNT das seht ihr von kein YouTuber außer von mir die MLG Moves aller was denkst du wer du bist, hä aller komm rein mit dir rein mit dir ach du scheiße aller komm her scheiße scheiße alter ich sterbe oh mein Gott alter die Lucky Potions lässt langsam nach und wird zu neu okay oh scheiße die Lucky Potions ist ja krass man die Lucky Potions okay den müssen wir noch einmal klack ach du scheiße was hab ich mit dem oh jo jo was hab ich mit dem Swan gemacht alter klatschen wir die einfach alle nochmal ach okay kommt her scheiße Mann das ist echt der Bildschirm ist so fett alter scheiße okay ist noch einer da glaub nicht ne die spawn alter der Boss der Boss ist da oben sollen wir den, den holen wir einfach mal runter ach du scheiße hat runter holen gesagt ach du scheiße komm drauf da ey als ob nicht euer Ernst ne ne man ihr sollt nicht hierher kommen okay ne ne das akzeptiere ich nicht dann geht ihr halt jetzt mit mir in die Luft ach du scheiße ja okay kann ich vergessen ciao ach oh mein Gott alter der da oben ist einfach immer noch da der ist einfach immer noch da okay haben wir noch Blöcke womit wir uns hochbauen können ja er kommt einfach runter perfekt ja komm doch man alter scheiße oh komm her man zeig dir wo der Frosch die wo der Frosch die Wimsel hat Mann jawoll alter okay hol mich mal weg hol mich mal ab von da man gehen wir mal zu den Schafen wo sind die Schafen Schafes hier sind sie alle ja wir sind sogar unsichtbar ja wahrscheinlich aber Leute ich würde mal sagen das soll es von heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen war ein bisschen funny ich habe es mal ausprobiert wenn ja zeigt mir mit einer Bewertung wie gesagt da ist der Abstimmungslink wo er abstimmen könnte ob wir mehr ob wir mehr solchen Bettel sehen wollte es kann ich auch mal mit ein paar Kumpels oder sowas machen aber haut rein maske tschau tschau